Hallo Händler, mal sehen, welche Presseberichte die Devisenmärkte am Dienstag, dem 25. Juli, erschüttern können. Der deutsche E-Vorgeschäftsklima-Index für Juli erscheint als erstes um 8 Uhr. Seit fünf Monaten nimmt der Index zu und ist im Juni auf einen Rekordhoch gestiegen. Als nächstes kommt um 13 Uhr der US-Hauspreis-Index für Mai. Im April wuchs der Index in einem stetigen Tempo von 0,7 Prozent weiter. Der genau beobachtete US-Verbraucher-Vertrauens-Index für Juli folgt um 14 Uhr. Der Index erholte sich im Juni nach einem Rückgang auf 117,6 Punkte im Vormonat. Neuseelands Handelsbilanz für Juni ist um 22.45 Uhr dran. Der Handelsüberschuss ging im Mai deutlich zurück, da die Importe höher als die Exporte ausfielen. Der australische VPI für das zweite Quartal wird um 1.30 Uhr vorliegen und es ist ein wichtiger Bericht für Aussie-Dollar-Händler. Ein starker Anstieg der Transportpreise hat die jährliche Inflation im ersten Quartal auf ein Drei-Jahres-Hoch geschoben. Und schließlich wird der australische Nudenbank-Chef Philipp Löwe um 3.05 Uhr eine wichtige Rede zum Thema Arbeitsmarkt und Geldpolitik halten. Dies war der Wirtschaftskalender für Dienstag. Ich bin Celeste Skinner und wir kommen auf Sie morgen mit dem Nachrichtenüberblick für Mittwoch zu. Bis dann.